Ein BMW 320 ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem grauen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 235.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2008. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Navigationssystem, Einparkhilfe, Partikelfilter und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 177 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,8 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017